Keine Frage, im Vorfeld des heutigen Sitzungsergebnisses der FED steigt der Druck auf die US-Notenbank und steigt auch der Druck auf Sharon Paul, dann für die Pressekonferenz, denn die Renditen, die steigen, der Markt will offenkundig testen, wo ist die Schmerzgrenze der FED, eben deswegen bringt man die Renditen nach oben, verkauft also US-Staatsanleihen, im Umkehrschluss steigen dann die Renditen auf neue Hochs des Jahres 2021 und das sehen wir hier etwa bei der 30-jährigen US-Staatsanleihe oben, da sind wir jetzt über 2,4%, höchster Stand seit November des Jahres 2019 und die 10-jährige US-Staatsanleihe unten steigt schon in Richtung 1,7%, also da ist ein bisschen Druck auf dem Kessel, die Anleihenmärkte wollen es wissen, die wollen ein bisschen piesacken und sagen sich, naja, wenn ihr nicht einschreitet, dann werden wir diesen Weg weitergehen und wir haben ja derzeit extrem hohe Short-Positionierungen in US-Staatsanleihen, mit ihm wettet also alle Welt auf weiter steigende Renditen und es wäre natürlich der Weg des größten Schmerzes, wenn Paul und die FED etwas sagen würden, was diese Renditen dann wieder nach unten bringt, das würde einige Trader und einige Banken vielleicht in Schwierigkeiten bringen, in Schwierigkeiten zwischenzeitlich auch der Nasdaq, wir sehen hier rot unten im Chart den Anstieg der Renditen und parallel dazu fällt dann der Nasdaq-Future, das ist diese Korrelation, es sind ja normalerweise Tech-Aktien besonders dann gut, wenn wir in einem deflationären Umfeld sind, so wie in der Corona-Krise des Jahres 2020, denn denen ist egal, ob es einen Lockdown gibt, Amazon liefert sogar noch mehr wahrscheinlich, wenn die Wirtschaft stillsteht, so sind also die Tech-Werte, die Internet-Werte vorwiegend dann sehr, sehr gut gelaufen und seit es im Prinzip diese Rotation gibt, rein in Value tendenziell eher raus, außer Tech, ist das eben ein bisschen anders geworden, man erwartet jetzt eben eine starke Wirtschaftserholung, dementsprechend werden dann Assets, die nicht von Inflation so stark betroffen sind, nämlich die sogenannten Value-Aktien, werden deswegen gekauft. Nach wie vor drei wichtige Fragen, Overshoot of Inflation, haben wir da ein Überschießen der Inflation, wird Paul sich zum Thema Inflation wieder so äußern wie bisher, als er sagte, naja, dort wird er mal vorübergehend sein, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dann wird er verbal intervenieren gegen den Anstieg der Renditen, dazu gleich mehr und auch dazu gleich mehr, diese sogenannte SLR Relief, diese Supplementary Leverage Ratio Relief, die ja jetzt ausläuft am 31. März, letztes Jahr im April beschlossen wurde, um den Banken faktisch eigenkapitalschonend entgegen zu kommen, was dann wiederum die Liquidität an den Märkten erhöht hat, was den Aktienmärkten geholfen hat, was allen geholfen hat, die auf der Bohlenseite sind, wird es also da die Verlängerung geben? Ja, nein, das wird eine der Fragen sein. Jetzt gibt es eine interessante abweichende Meinung, die alles bisher Gesagte auf den Kopf stellt, dazu gleich mehr. Aber das größte Risiko, das sehen hier zum Beispiel Experten von Bloomberg in einer Ankündigung faktisch der Fed, nämlich in den Dotplots, in diesen Projektionen der Fed, wie denn eigentlich jetzt die Zinsentwicklung erwartet wird, dass da ein Zinsschritt für das Jahr 2023 avisiert wird. Aha, aha, also da verfürchtet man sich derzeit und jetzt sagt hier Wells Fargo, naja, also die Fed, die wird jetzt nicht gegen den Anstieg der Renditen einschreiten. Paul hat ja gesagt, ja, solange sich die Finanzierungsbedingungen, die Financial Conditions nicht wirklich nachhaltig verschlechtern, ist das doch gar keine so schlimme Entwicklung. Das spiegelt eben die Wachstumserwartungen wieder, wenn jetzt die Renditen steigen und die könnten bis 2,25 Prozent steigen, so sieht es Wells Fargo. Und dass die Fed möglicherweise und Jerome Paul auch nicht verbal intervenieren, anders als die EZB, die ja auf der letzten Sitzung klar gemacht hat, hey, wir kaufen im nächsten Quartal mehr Anleihen, wir erhöhen das Volumen der Anleihekäufe, eben weil wir den Anstieg der Renditen nicht haben wollen, weil das eben die Financial Conditions verschlechtern würde. Hier sehen wir aber unten im Chart etwa den Anstieg der 10-jährigen US-Anleiherendite und oben sehen wir die Financial Conditions von Goldman Sachs und die sind nach wie vor ultra lax. Da ist nur minimal ein kleines Häkchen nach oben, also in Richtung Tightening, in Richtung Verschärfung, aber das ist nach wie vor ultra lax. Also aus der Perspektive hätte die Fed eigentlich keinen Grund hier, die Renditen nach unten zu reden, solange eben die Financial Conditions nicht nachhaltig schlechter werden und das ist, wie wir hier sehen, bisher eben auch nicht der Fall. Hier nochmal die Erwartungen der Fed bei der letzten Sitzung in den sogenannten Projections, die heute auch wieder kommen, nämlich wie schaut es aus mit der Wirtschaftsentwicklung, was erwartet die Fed da, wie schaut es aus mit der Inflationsentwicklung und das wird natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt werden. Man hat hier erwartet, Wirtschaftsentwicklung für 2021 4,0 Prozent, da muss die Fed heute nach oben gehen, das ist fraglos. Konsenserwartung bei Volkswirten liegt bei 7 Prozent derzeit und wir haben die Inflationserwartungen core, also Kern ohne Nahrung und Energie, 1,8 Prozent. Auch da wird die Fed möglicherweise nach oben gehen, die Frage ist eben, wie stark. Und wenn man die Märkte mal befragt, die ja derzeit so ein bisschen vorauseilen und sagen, ja, wir wissen es besser als du, liebe Fed und Jerome Paul, dann sehen wir, dass man hier schon eigentlich Zinsanhebungen erwartet, die dann beginnen werden schon eben im Jahr 2023 und dann geht es relativ zackig nach oben mit vier Zinsschritten, sodass man Ende 2024 dann etwa bei vier Zinsanhebungen wäre. All das ist natürlich dann nach wie vor jetzt noch nicht wirklich der Hammer. Wir sind ja jetzt so in diesem Korridor 0 bis 0,25 Prozent, normalerweise eine Zinsanhebung bei 0,25 Prozent, dann wären wir also so 1 bis 1,25 Prozent. Das ist jetzt nicht gerade ein harter Zinssatz, vor allem wenn die Inflation eben deutlich drüber liegen sollte, dann wären die realen Renditen nach wie vor negativ. Aber man erwartet seitens der Märkte hier eben auch ein bald einsetzendes Tapering und das erwartet man schon für das erste Quartal des Jahres 2022. Hier denkt man seitens der Märkte, dass eben diese Asset Purchases, diese Käufe von Staatsanleihen, zurückgefahren werden durch die Fed. Das wird ja der wahrscheinliche Weg sein, man verabschiedet sich erst aus den Anleihekäufen und hebt dann die Zinsen an und nicht irgendwie andersrum. Also das ist durchaus derzeit jetzt die Erwartung des Marktes, die natürlich darin begründet ist, dass man sich sagt, hey, die Wirtschaft, die wird sich ganz toll erholen. Dementsprechend wird die Fed unter Zugzwang gesetzt. Hier sehen wir nochmal das Tapering. Hier erwartet man eben schon dann im ersten Quartal 2022 diesen Schritt und man erwartet, dass dann schon in der zweiten Hälfte diesen Jahres die Fed praktisch schon eine Andeutung macht, dass es dieses Tapering geben wird. Und das ist ja eines der Gründe, nämlich diese Anleihekäufe, warum auch die Aktienmärkte nach oben gegangen sind. Andreas Steenlarsen von Nordea, der hat zwei Szenarien heute entworfen, hat gesagt, ja, Paul wird entweder auf ein moderates Überschießen der Inflation hindeuten, so 2,2 bis 2,3 Prozent in der Kernrate. Das würde bedeuten, eine flachere Zinskurve, also das Gegenteil dessen, was wir zuletzt gesehen haben, als sich die Zinskurve versteilt hat, weil die Anleiherenditen am längeren Ende stärker gestiegen sind als die am kurzen Ende. Schön für Banken, schön für Finanzwerte. Oder wir werden Szenario 2 haben, dass Paul eben sagt, ja, diese Inflation wird transitory bleiben und also vorübergehend und wir werden das dann eben dulden, wenn die mal ein bisschen drüber schießt. Das würde bedeuten, dass die länger laufenden Renditen, die Renditen länger laufender Anleihen stärker steigen und ebenfalls auch die Inflationserwartungen, stay long USD, also bleibt long im Dollar, so empfiehlt es Steenlarsen, mal sehen, ob er Rechte bekommt. Aber eins ist doch interessant, wie unten hier zum Beispiel Sven Hendricks sagt, also die Märkte, die können offenkundig nicht mal mit minimalen Zinsanhebungen leben, denn da kriegen die schon Panik, das zeigt, dass man sich durchaus bewusst ist, dass man, vorsichtig formuliert, hier mit sehr hohen Bewertungen zu tun hat und jetzt bettelt man schon, dass die Fed das möglichst nicht machen wird, damit überhaupt diese etwas höheren Bewertungen noch zu rechtfertigen sind und ein interessanter Gedanke auch von Sentiment Trader, der sagt, ja, vor einem Jahr, im März 2020, als Panik war, da haben die Investoren noch Panik geschoben, weil man sich gesagt hat, ja, die Fed wird gar nicht genug machen können, um diese Krise zu überwinden. Heute sagt man sich, ja, super, die Fed hat ja alles gemacht, um diese Krise zu überwinden, das ist gelungen. Und wenn man jetzt bärisch war in 2020, weil die Fed eben angeblich nicht genug tun kann, dann gibt es eigentlich auch nicht wirklich einen Grund, bullisch zu sein, weil eben das jetzt eingetreten ist, was ohnehin eigentlich erwartet worden ist, nämlich, dass die Fed alles tun wird, was da möglich ist. Aber es ist eben jetzt die Vorausschau auf das Ende dieser ultralachsen Geldpolitik, die die Märkte verunsichern könnte und die dann eben auch zeigen könnte, wenn Geld teurer wird, das sehen wir ja schon durch den Anstieg der Kapitalmarktzinsen, nicht der Leitzinsen, aber die Leitzinsen könnten irgendwann folgen, dann wird Bewertung eben wieder eine Rolle spielen. Ich hatte vorhin diese SLR Reliefs ins Spiel gebracht, also diese Eigenkapitalgeschenke an die Banken durch die Fed aus dem letzten Jahr. Jetzt sagt hier Sultan Poschar von Credit Suisse, also das spielt gar keine Rolle, ob das verlängert wird oder nicht. Es wird nichts daran ändern, es wird keinen Abverkauf bei Staatsanleihen geben, es wird auch für die Aktien uninteressant, sehr technisch begründet, in welchen Accounts bei welchen Banken, was passiert kann und will ich jetzt gar nicht wiedergeben, ist zu komplex. Jedenfalls hier eine Außenseitermeinung, der sagt, das würde überhaupt nichts ändern, wenn die Fed eben dieses SLR, was am 31. März ausläuft, nicht verlängert, dann macht das keinen Unterschied. Da bin ich mal gespannt, da sagt hier Heisenberg, ja, alle anderen haben Unrecht, offenkundig aus Sicht von Sultan Poschar, nur ich habe recht. Das wird eine spannende Frage sein, die dann bald in der Realität entschieden wird. Wenn wir uns jetzt nochmal die Positionierung im Vorfeld der Fed anschauen, seitens der Investoren, hier in Gestalt der Umfrage der Bank of America, dann sehen wir absolute Überexposure an Commodities, also die Profis sind in Rohstoffen massiv investiert, in Industrials, in Banks, also all das, was gut gelaufen ist. Rohstoffe sind gut gelaufen, Finanzwerte aufgrund der Versteilung der Zinskurve, sehr gut gelaufen. Banken sehr, sehr gut gelaufen, etc. Was man nicht hat, ist Cash und Bonds und Utilities. Das sind so die am wenigsten geliebten Sektoren. Hier sehen wir nochmal die Rekorde in Sachen Long Positionierung bei Commodities. Das ist schon sehr, sehr krass. Also da könnte durchaus mal auch eine Korrektur erfolgen. Das basiert natürlich auf der Annahme, dass wir Wunderdinge aus der Wirtschaft sehen werden. Extreme Nachfrage nach Rohstoffen, deswegen im Vorfeld jetzt die Preissteigerungen. Wenn das aber nicht eintritt aus irgendwelchen Gründen, dann wäre das sozusagen ein Schmerz, der diejenigen besonders trifft, die eben jetzt große Exposure haben in diesem Rohstoffsektor. Und eine Anmerkung von Ottavia Costa, zum Beispiel in Sachen Value-Werten, angebliche Value-Werte Russell 2000 Earnings, da erwartet man sage und schreibe, eine Steigerung in 2021 von 40% im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2018. Also auch hier sind absolute Wunderdinge eingepreist. Der Russell 2000, dieser vermeintliche Value-Index, wo fast die Hälfte der Unternehmen Verluste macht, ist so dermaßen überteuert, dass es schon kracht. Der Morgan Stanley hat ja kürzlich gesagt, also wir stufen jetzt diesen Index, stufen diese Werte auf Verkaufen, weil die schlichtweg zu teuer sind. Das war vielleicht in der Hoffnung auf eine starke Konjunkturerholung berechtigt, wird sich aber in der Realität nicht darstellen. Apropos überteuert, wir sehen, dass Tesla eher Schwierigkeiten hat derzeit, während Volkswagen durch die Decke schießt. Wieder mal die Stammaktien, nicht also die Vorzugsaktien, die im DAX sind, die hier offenkundig wieder von Reddit-Tradern nach oben gebracht werden, aber auch die Volkswagen-Aktie steigt. Da schließt sich einfach eine völlig absurde Bewertungslücke. Volkswagen mit neuen Aussagen, die so ein bisschen Tesla-like klingen. Wir machen Revolutionen, wir verändern die Welt, wird alles richtig gut werden. Aber es ist eben dennoch rational, was da passiert, denn der Abstand in der Bewertung zwischen Tesla und Volkswagen macht keinen Sinn, wird keinen Sinn machen, hat noch nie Sinn gemacht, auch wenn die Tesla-Gläubigen das nach wie vor meinen. Und interessant finde ich, dass jetzt die Demokraten, die US-Demokraten vorschlagen, dass man die Steuer anheben wird für jene Unternehmen, die ihre CEOs sehr, sehr gut bezahlen oder extrem gut bezahlen, sagen wir mal so. Jetzt sagt Irony of Life dieser Twitter-Account, ja, okay, das ist ein bisschen an der Realität vorbei. Dann werden die Firmen zum Beispiel da übergehen und sagen, ja, dann zahlen wir dir eben dein Gehalt sozusagen in Optionen, in Aktienoptionen, die du dann ausüben kannst. Das fällt nämlich nach Gap-Standards, also nach diesen Balanzierungsstandards, fällt das nicht unter einer regulären Vergütung. Da würde man dann ausweichen, so zum Beispiel wie bei Elon Musk, der ja praktisch fast ausschließlich durch den Anstieg des Aktienkurses seinen Verdienst bekommt. Und hier die durchaus ironische Anmerkung, ja, wahrscheinlich wird es dann so sein, dass diese 1.400 Dollar Stimulus-Checks, die heute vorwiegend von den großen Banken verschickt werden, an die Leute, auch an Elon Musk und Tim Cook von Apple gehen. Das kann tatsächlich passieren, denn auf dem Papier verdient Elon Musk sehr, sehr wenig. Es sind eben die Aktienoptionen, die ihn so reich machen und der Aktienanteil, den er hat. Also, da sieht man die ganze Idiotie des Systems sozusagen in Reinkultur. Apropos Idiotie, wir werden heute bei Finanzmarktwert, meine Damen und Herren, um 19 Uhr das Fett-Statement bringen. Da sind auch die Projektionen dabei, wie schaut es mit Wirtschaft und Inflation aus. Das ist wie so ein kodiertes Werk oft, was Notenbanken da von sich geben, aber man muss zwischen den Zeilen lesen. Genau das werde ich versuchen um 19 Uhr bei Finanzmarktwert. Schauen Sie da rein und bleiben Sie dran dann, 19.30 Uhr nämlich, da werde ich die Pressekonferenz von Jerome Paul kommentieren. Auswirkungen auf die Märkte, was bedeutet das, warum sagt er das, warum sagt er das andere nicht. Das wäre so das, was ich Ihnen anbieten kann. Jetzt bin ich schon mal gespannt, wünsche einen schönen Abend und hoffe, dass wir uns dann bei Finanzmarktwert nachher sehen. Servus und ciao.